und damit herzlich willkommen auf meinem kanal heute stelle ich euch den brandner drei achs drei seiten kipper vor im maßstab 1 zu 32 die artikelnummer 2877 der preis liegt zwischen 25 euro und nach oben keine grenzen gesetzt die ist ein dreieckskipper gibt es leider nicht mehr zu kaufen es war ein auslaufmodell 2015 die funktionen also man die teigsel kann man vorne 360 grad drehen und keine einzelradaufhängung oder doch moment doch einzelrad aufhängung hinten wie vorne dieses modell besteht zu 95 98 prozent aus metall sehr schön noch richtig schöne die qualität man kann die seiten hier öffnen anderer seite auch weil man will ja jeder seite abkippen können man kann zur seite kippen und zur anderen seite einstellen wie gesagt dieses modell wurde mir zur verfügung gestellt von einem guten bekannten man muss hier man hat hier ketten muss die ketten lösen mit so einem kleinen stift wenn das gelöst worden ist kann man den jeweiligen hänger in die jeweilige richtung abkippen ich hoffe mal nicht dass ich etwas kaputt mache jetzt müsste er rein theoretisch zur seite abkippen können eigentlich warum kippt er nicht weil auf der anderen seite auch noch eine jetzt kann man ihn abkippen sehr schöne qualität also hat sich sich was schönes einfallen lassen kommen wir nun zu dem gewicht noch des modells jetzt ist die batterie leer tut mir leid das gewicht kann ich euch jetzt nicht sagen die waage ging vorhin noch jetzt nicht mehr tut mir leid aber ich denke mal er wiegt so um die 600 600 gramm würde ich sagen wer es weiß kann es gerne unten in die kommentare schreiben sonst gibt es nichts weiter zu erzählen über das modell ich freue mich über die abonnenten und das war es für heute und es folgt noch ein kleines video und zwar stelle ich euch noch den dodge viper in der black serie vor in dem nächsten video tschüss